Ihr Lieben, wir freuen uns, denn am Sonntag um 11 Uhr kommen wir nach Werner und spielen für euch unser Kinderkonzert Schmerzenschmerzen. Wir wollen euch vom kleinen Weltmännchen erzählen. Wir wollen mit euch reden, wir wollen mit euch tanzen, wir wollen mit euch durch die Pfütz knüpfen und am Ende sogar noch in die Badehalle. Also kommt vorbei. Um 11 Uhr geht's los im Skala-Kulturpalast. Wir freuen uns. Tschüss!